Es geht jetzt darum, dass Mitarbeitende, die bei uns arbeiten und nicht einer christlichen Kirche angehören, die sogenannte ACK-Klausel, dass diese Mitarbeitenden jetzt in die Mitarbeitervertretung wählbar sind. Der Kompromissvorschlag, der jetzt abgestimmt wurde und der ja mehrheitlich mit großer Mehrheit angenommen wurde, worüber ich mich sehr freue, ist einfach, dass die Mitarbeitenden, die sich zur Wahl stellen, noch einmal daran erinnert werden, dass sie bei ihrer Anstellung eine Loyalitätsklausel unterschrieben haben. Das heißt, dass sie sich ja bewusst entschieden haben, für den Arbeitgeber zu arbeiten und dass sie, wenn sie halt nicht einer christlichen Kirche angehören, dass sie auch die Werte mit vertreten. Klar, man kann sagen, wenn wir dann nur noch Menschen haben, die bei uns angestellt sind, die keiner christlichen Kirche mehr angehören, die können auch bei irgendeinem anderen kommunalen Träger sein. Ja, schon. Aber andererseits sprechen wir hier über Menschen, die sich ganz bewusst entschieden haben, bei uns als Kirche in unseren diakonischen Einrichtungen zu arbeiten. Und da gehe ich wirklich davon aus, dass die Menschen sich das überlegt haben und bewusst bei uns arbeiten. Unsere Aufgabe als Kirche jetzt ist, ich fand es so schön, ein Synodaler hat gesagt, wertneutral Räume zu bieten zum Diskurs, aber nicht wertfrei. Und dass wir einfach zeigen, uns ist es wichtig, dass wir die Menschen begleiten. Dazu müssen wir als Kirche auch weiter Geld in die Hand nehmen. Das ist, also wir können nicht einfach sagen, uns ist es wichtig und dann in dem Bereich Stellen abschaffen. Also da müssen wir schon sehr auch drauf achten. Aber dass wir wirklich, ja wirklich zeigen, wir sind für die Menschen da und wir haben unsere Beratungsangebote, was auch immer. Und gleichzeitig, das kam in vielen Voten auch durch, dass es schon die Situation geben kann und sicherlich geben wird, an dem wir sagen, ja wir sind bei dir auch beim assistierten Suizid. Ja, also niemanden verurteilen, der diesen Weg dann geht, sondern einfach sagen, ich bin auch in dem Fall an deiner Seite. Das finde ich als Kirche jetzt persönlich ganz arg wichtig. Wir haben zum einen den Beschluss gefasst, dass der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt fusioniert wird, also Württemberg und badische Landeskirche unter dem Dach der badischen Landeskirche. Ja, und dann fusionieren, das ist jetzt eigentlich da das falsche Wort, werden wir jeweils einen Beauftragten haben für den christlich-jüdischen Dialog und für den christlich-islamischen Dialog. Und das finde ich auch sehr schön. Wir haben dann eine Person, die jetzt ansprechbar ist. Und diese Personen sind aber jetzt wieder auf Württemberger Seite dann unter dem Dach unserer Landeskirche. Das bedeutet natürlich in der Veränderung, dass jetzt die badische Landeskirche keinen eigenen Beauftragten mehr hat für den christlich-jüdischen Dialog oder christlich-islamischen Dialog, sondern dass die beiden Beauftragten bei uns in der Landeskirche angestellt sind, aber die Arbeit für beide Landeskirchen machen. Ich finde das Charmante darin, dass wir mit einer Stimme sprechen für beide Landeskirchen zusammen. Das heißt auch gegenüber Politikern gibt es eine Ansprechperson. Also jetzt beim christlich-jüdischen Dialog und christlich-islamischen Dialog. Und bei dem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt sehe ich schon so, dass wir schlagkräftiger werden durch die Konzentrierung auf einen Schwerpunkt jeweils. Wir haben ja im letzten Jahr die Gewaltschutzrichtlinie, das Gewaltschutzgesetz verabschiedet. Und das ist schon mal ein ganz großer Fortschritt. Aber was nützt ein Gesetz? Man muss dieses Gesetz natürlich mit Leben füllen. Und auch da ist man dran. Die Kirchengemeinden müssen alle Schutzkonzepte entwickeln. Ich weiß, dass den Kirchengemeinden das oder nicht allen Kirchengemeinden behakt, weil das bedeutet natürlich, ich muss mich damit beschäftigen. Es bedeutet einen gewissen Aufwand. Und es bedeutet nicht, dass ich, ich habe jetzt ein Schutzkonzept entwickelt und das Schutzkonzept hält jetzt mal ein paar Wahljahre, sondern das muss ich immer wieder neu in Augenschein nehmen, evaluieren. Es bedeutet natürlich jetzt auch, dass Menschen, die in verschiedenen Anstellungsverhältnissen stehen, erweiterte Führungszeugnisse vorweisen müssen, Selbstverpflichtungserklärungen abgeben müssen. Und das ist auch was, was wir einfach positiv darstellen müssen. Das ist nicht heißt, du musst das machen, weil ich dich jetzt im Verdacht habe, sondern du machst es jetzt bitte, um dich zu schützen und um alle um dich herum zu schützen, weil wir ja gemeinsam einen Schutzraum bieten wollen. Und was sehr neu auf den Markt kommen wird, das ist im Herbst. Das ist ein Webinar, was Frau Kress und Frau Günderoth und ihr Team entwickelt haben. Da werden die Grundbasics gelehrt zur Grundsensibilisierung sexualisierter Gewalt. Es sollten alle Menschen besuchen, die bei uns tätig sind, Haupt- und Ehrenamtliche. Was auch wichtig ist, dass wir wirklich aufarbeiten in alle Richtungen. Und ich bin gespannt auf die Studie, die wir ja in Auftrag gegeben haben, die sogenannte Auf-Studie, die dann im Herbst rauskommen wird. Sie wird uns zeigen, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber die Vergangenheit, die Schutzräume ist auch die Frage, ob das wirkliche Schutzräume, also ob die Räume heute Schutzräume sind. Oder ob wir da auch noch erheblich Nachbesserung bedarf haben. Frau Professorin Dr. Possinger hat mit dieser Studie wirklich ein Herzensanliegen meinerseits, aber ich glaube habe der gesamten Synode einfach nochmal aufgenommen und hat beleuchtet, in welchen Fällen sind wir familienorientiert und was bedeutet familienorientierte Kirche einfach. Und familienorientierte Kirche heißt nicht, dass ich mir jetzt überlege, was die Familien brauchen könnten, sondern es heißt, ich gehe auf die Familien zu und frage sie, was ihre Bedürfnisse sind. Also es ist wichtig, dass Kirche ihre Räume öffnet und nah bei den Menschen ist. Das heißt, wenn ich viele Familien habe, die in prekären Verhältnissen sind, dass ich zum einen darauf achte, wenn ich ein Gemeindefest habe, dass die Preise leistbar sind für Familien. Ich gehe zum Beispiel auf den Spielplatz und mache dort einen Gottesdienst. Das sind Dinge, die natürlich teilweise schon passieren, aber die man sich immer wieder klarmachen muss. Und dass es nicht damit getan ist, dass ich jetzt hinten im Gottesdienstraum eine kleine Spielecke und eine kleine Spielzeugkiste habe, das ist nicht das unbedingt, was die Familien brauchen. Und für mich heißt es natürlich nicht unbedingt, dass jetzt jeder Gottesdienst, also jeden Sonntag so sein müssen, dass ganz, ganz viele Familien dabei sein können. Wenn sie dabei sind, dann darf es aber nicht so sein, dass man dann sagt, das Kind ist aber laut. Und sie wollen auch nicht gefragt werden, warum warst du letzten Sonntag nicht da? Es ist ein offenes Angebot und man muss nicht immer kommen und man muss sich nicht immer gleich verpflichten. Ich Tanke nicht – ich kann sie nicht sagen. Und ich bin seitens von einem anderen Plan Kunden. Und ich bin jetzt mehr nah am Anfang der Zeit. Und wir wollen uns mit einer anderen Webselemente finden. Und die zweite Rekord anbinden, können wir uns mit Hinsch rangern. Und jetzt sind wir heute hier angekommen. Und dann werden wir uns mit dem Ort in den leuksten Handeln. Und mit einem Schrauben. Und we will uns mit einem solchen Lettern. Und dann werden wir uns mit den langen.